Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft GroupCraft. Dankeschön, dass Sie eingeschalten haben. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Server. Also für euch war es wahrscheinlich nur eine Tag Pause, wegen einem neuen Headset. Für mich war es jetzt zwei Tage Pause. Ich habe das Razer Time-Up gekauft, aber ich habe es noch nicht installiert. Also ich habe es noch nicht können, weil der Sound von der Mikrofonaufnahme ist noch recht scheiße. Und deshalb muss ich jetzt da noch ein bisschen einstellen. Und ab dann gibt es 7.1 Full Surround Sound auf YouTube bei mir. Gut, ich habe noch ein Schwerpunktgeschränk bekommen von Novolem. Dankeschön dafür, aber ich habe schon ein Besseres. Wo haben wir die Schweresachen? Da. Gut, und sonst? Ja. Gut. Ähm, heute. Gehen wir da aus. Heute möchte ich... Genau, wir, ich und Novolem haben ein Projekt geplant. Ähm, dass wir ein, ja, Tuchgäfer-Projekt zusammen machen. Und zwar hier. Slash Home Agypten. Nämlich Pyramiden. Ähm, Sparrow, also Spinks und so. Eine Stadt wie Kairo oder so. Und hier dritten der Nil. Muss ich kurz zeigen. Und zwar hier. Hier seht ihr schön einen Fluss. Und, ähm, hier machen wir dann die Palmen anders. Das, ein Tempel haben wir schon sehr gut gebaut von, ähm, dem User Minecraft auf unserem, ähm, Groovecraft-Server. Oh, das sollte nicht sein. Machen wir mal weg. So. Wir wollen ja nicht... Oh. Was mache ich denn für Scheiße? Wir wollen nicht, dass das... Ich glaube, es geht auch nicht, aber trotzdem möchte ich da das nicht haben. Gut. Also, fertige Zeit. Also, deshalb müssen wir ganz viele Wüstensachen holen. Und, ja, wir bereiten uns mal vor. Da ist auch noch ein Dorf, schön. Ähm, wir gehen in die Farm-Wert. Slash, home, farm. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ah, das ist hier. Slash, home, farm, vier. Das ist auch hier. Fünf. Das ist hier. Hm, fliegen kurz nach oben. Ich weiß jetzt nicht, wo hier eine Wüste in der Nähe ist. Haben wir sogar Farm-5 oder Farm-6? Nö. Slash, gmod 0. Gut. Dann gehen wir weiter und, ähm... Suchen in einer Wüste. Also, als nächstes machen wir uns in einer Wüste gemütlich. Aber scheinbar sind da die falschen Biome. Wir könnten hier auch ein bisschen Sand abbauen. Spinnen. Und so eine Schaufel muss ich auch noch verzaubern. Da haben wir nämlich nur... Ding, äh, drauf. Ähm, Behutsamkeit, genau. Jo. So, hudele. Da haben wir recht viel... Ähm, Sand. Sehr schön. Ja, da können wir weiter. Hübsch. Dann wird wahrscheinlich nächste Folge oder übernächste Folge dann ein Minecraft-Port mit Novolem. Wenn ihr das möchtet. Sie haben nicht mehr noch Fly. Okay. Ja, da auch. Mist. Ja, okay. Dann lassen wir das so. Bauen wir hier noch ein bisschen ab. So. Gebt mir mal, das zeigt's... Äh, nein, nein, ich kann nicht schwimmen. Äh, nein, nein. Okay, wir lassen es lieber. Das ist ja mühsam. So. Ich will aber Fly aushaben. Nein, im Let's Play muss ich Fly nicht haben. So. Disabled. Schauen wir mal, wo wir noch Sand haben. Da drüben. Schön daneben. Haben wir auch noch Sand. So. Ah, hier haben wir auch. Äh. Schlimm. Wie viele Skelette kommen hier. Weg damit. Schlimm. Haben wir hier nicht Stärke drauf? Schärfe drauf. Okay, Stärke ist beim Bogen. Nervt mich nicht. Ich bin doch so ängstlich. Ich bin das Gegenteil von Angst, aber hab Angst von Skeletten, die mich einfach mal während des Warmens abknallen. Schlimm ist so etwas, hä? Stellt euch das mal vor. So extrem schlimm. Wenn ich angegriffen werde, dann werde ich zu Pussy. Oh, die Strafel geht bald kaputt. Ah, nach mehr Dingen. Nach Diamanten muss ich auch noch suchen. Weil wir, ich habe sogar ein paar abgegeben. Ähm, weshalb, weiss ich nicht. Weil ich jemanden unbedingt brauchte. Da müssen wir wiederholen. Aber wir haben eigentlich schon noch genug, aber für so viele Kräften, wie wir momentan müssen, ist es nicht so geeignet. So. Yay. Mano, du blöder Chat. Wieso kann ich den Chat? Wie habe ich jetzt den Chat auf? Oder was war es? War es das? Oder das? Ich glaube, es war das. Ich bin völlig verriert, glaube ich. So. Boah, hat mich schon viel. Geht recht, ne? Da ist noch ein Enderman irgendwo. Da. Ich brauche Perlen für den Stronghold. So. Ein bisschen laut. Ähm, feindliche Kreaturen. Genau, ein bisschen leiser sein. Oh, schaut euch mal diese, diese Sand an. Hey Gott, oh Gott. Cool. So genial. So, noch mehr Sand holen. Aber ich will eine Wüste finden. Ich brauche doch eine Wüste. Der Trager braucht eine Wüste. Für auch Sandstone. Ich glaube, da drunter gibt es keinen Sandstone. Doch, hier gibt es zum Beispiel. So. Mal abbauen. Das geht ihm hin, schnell. Oh, schade ich mal den Sandstone hier. Krass. Halt die Schnauze. Bist immer noch so laut. Wieso ist alles so laut? Ich war jetzt alles Sandstone up. So. Und hier. Und hier. Ja, dann reicht es dann bald. Ach komm. Fall doch runter. So. Und jetzt. Oh Mann. Diesen. Was ist denn hier? Okay. Server. 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 Lass mich in Ruhe. Das ist schuld des Servers. Das ist schuld des Servers. Oh, hier halten wir uns gehabt. Da haben wir schon ganz viele Kisten. So. Machen wir das so. Da mache ich mal. Ja, nein, nicht das, was ich mitnehmen soll. Gut. In dieser Kiste mache ich das Teil. Und dann mache ich es noch für Novolem auf. Was ist die Truhe ist nicht registriert. Wieso wird das nicht mehr automatisch registriert? Kritische Fehler, also ist das LWC-Plugin verpackt. Nun gut, lassen wir es halt so. Da teilen wir uns halt die Matri, den Sand. Aber zuerst einmal muss er wissen, wo wir hier sind, hä? Bis dann ist das Ding schon lange gefixt. So. Also. Da kommt das Erz rein. Entepelle kommt hier. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wie ein Enteauge geht. Aber ich glaube mit Spinnenaugen. Wo sind die Entepe... Äh, da. Nö. Ich weiß es nicht mehr. Entepelle und Enteauge. Hm, was könnte es sein? Ente-Männer kloppen ja sonst nichts. Ist es nicht mit Gold oder so? Nö, oder? Hm. Okay, dann schaue ich das noch in der nächsten Folge an. Äh, also zwischen der nächsten... Äh, diese und der nächsten Folge. Wir schauen mal nach den Hühnern. So, und weil heute eine Farm-Folge ist und... Ja. Dann mache ich noch etwas anderes. Farming. Nein, nicht schießen. Ah, hier haben wir gar keine Eier. Hm. Hm. Da nehme ich die Kohle halt mit. Dann tun wir die Eier hier halt rein. Oh, haben wir schon recht viel. Und setzen den Bekensetzling noch. Dann gehen wir slash home, ähm, slash, ja home, farm5 und gehen hier meinen. War ich nicht hier irgendwo drin? Ja, da kann ich die Koordinaten dann machen, wo unten ist. Nämlich mir ein bisschen runter zu 11 wieder. So. 17, 16, 14. So. Irgendwo hier unten. Tief unter der Erde. Oh, da. Okay. Dann bauen wir uns hier den Stollen rüber. Wir gehen jetzt alles gerade aus. Vielleicht finden wir dann auch ein gutes Gebiet, wenn wir nach oben graben. Schon wieder ein Enderman. Die schaue ich jetzt aber nicht. Die suche ich nicht. Und das gleich hier oben. Da ist er. Ich habe das Partikel gesehen. Lol. Da es jetzt so laut ist, höre ich ihn gut, wo er ist. Man muss nur Lautes schütteln, dann weiss man auch, wo die Monster sind. Aber eben. Das grosse Problem ist da, dass man fast einen Hörschalten bekommt, nur um ein Monster zu finden. Oder was? Bei euch ist es viel leiser als bei mir. Weil YouTube irgendwie die Dinge runtersteht, den Sound. Also wenn ihr es wissen wollt, bei meinem Player-WLC, Media Player, sind die Videos so extrem laut, dass ich fast Hörschalten bekomme. Und wenn ich es hochlade auf YouTube, dann muss ich es sogar noch ein bisschen lauter stellen, damit ich meine Videos höre. Also, da könnte ich mir vorstellen, wie YouTube heutzutage die Videos laut, äh, leiser stellen. So extrem, höre. Ach YouTube, wieso gehst du den Bach runter? Wieso? Hahaha. Ich habe jeden Tag Bugs. Hm. Wie nennen. Was machst du? Was machst du? So, Lapis Lazuli bräuchten wir auch, aber wir brauchen unbedingt Diamanten. Die haben ja nicht Glück drin. Nein. Müssen wir auch noch machen. Gott, oh Gott. Also, wir sind Level 30. Slash Del. Home. Minen. Slash Del. Home. Äh, Slash Set. Home. Minen. Gut, dann gehen wir zurück. Wir haben Level 30. Ähm. So, ich muss schon studieren, was ich schreiben wollte. Gut. Gut. Dann hier hin. Und zwar brauchen wir jetzt eine bessere Schaufel. Die muss ich jetzt machen. Da haben wir genug Diamanten hier. So, oder? Auf die Schaufel tun wir jetzt etwas Gutes verzaubern. Und zwar so. Behutsamkeit. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich verarschen? Ich will nicht Behutsamkeit. Verdammt nochmal. Was soll das? Was habt ihr mit dem Crafting System gemacht, Minecraft? Da verzaube ich eine Krone. Atmen. Okay, das ist eigentlich gut. Yay! Feuerschutz und Atmung! Haha! Okay, wisst ihr was wir machen? Wir machen uns die Tränke für Wasseratmung. Haben hier Wasseratmung. Und wir, ähm... Und wir, ähm... Räuchten noch irgendwie ein bisschen... Defensive haben wir, oder? Nein, wir haben keine Defensive. Ich hoffe, wir schaffen das. Jetzt weiss ich nur nicht, wie man die Wasseratmungstränke machen kann. Wie kann man die machen? Ach, Menno. Oh, voll. So. Wie macht man... Wasseratmungstränke aus? Welches Material macht man die? Wasseratmungstränke? Das ist nicht gut. Ich weiss es nicht, weil ich nicht weiss, was man braucht. Fische. Braucht man Fische für Wasseratmung? Nein. Tintenbeutel? Nehm ich mal mit. Hier irgendwas. Hier haben wir auch Tintenbeutel. Das ist gut. Hm. Wie macht man? Okay, dann werde ich noch kurz nachschauen. Dann können wir auch nachschauen, wie in die Enderaugen gehen. Bis gleich. So, Leute. Wir brauchen Lohe-Staub. Haben wir das? Für Enderpellen. Nein, das müssen wir holen. Schade, das müssen wir holen. Und wir brauchen ähm Redstone und die Kugelfische. Haben wir keinen Kugelfisch? Okay. Da müssen wir unten suchen. Da haben wir nämlich einen Trank. Hab genug Banner. So. Unser erster Gilde auf dem Server. Wie toll. Später. Hier haben wir irgendwo die Angelküste. Sonst müssen wir noch angeln. Das ist nicht so gut. Und dann müssen wir... Ja, wir haben vier, aber wir angeln noch ein paar. Eben das grösste Problem ist jetzt gerade, dass wir zu wenig Schutz für die Laser haben von den Wächtern. Und das zweite Problem ist dann ein Finden, der nicht in der Bauwelt ist, weil in der Bauwelt darf man die nicht zerstören. Deshalb gehen wir in die Formwelt einen suchen. Das ist das nächste Problem. Aber nicht so schlimm. Ja, wir finden leider noch sehr wenig. Ein Zauberbuch. Schärfer 3. Das brauche ich. Das werde ich gleich verzaubern. Nein. Äh, P. Ja. Ähm, 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 ähm. Beiß an, ich brauche noch mal ein Buch. Hm, 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 hm. Wuh, 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 wuh. Ja, ja. Ein Leder. Wow. Geil. Wir sind reich. Wir haben eine Einlede. Ich brauche die aus oder so, aber die kann man nicht angeln. Hm. Lohen Staub brauche ich. Kann man das angeln? Scheinbar nicht. Man kann Schuhe angeln. In jedem Angelspiel, also in jedem Spiel, wo man angeln kann, nebenbei, zum Beispiel ZO, Ocarina of Time und so, kann man Schuhe angeln. Aber ich glaube, Ocarina of Time war es nicht. Es war, glaube ich, erst bei, ähm, Twilight Forest, dass man Schuhe angelt. Okay, eins gibt es nicht. Das war wahrscheinlich zu alt. Das kam dann erst später in die Mode. Ach, Mann, ich brauche mehr, äh, Ding, Tränke. Mehr Kugelfische für die Tränke. Komm schon. Ha, nicht get off. Der ist elf Jahre alt. Okay. Die, die jungen YouTuber, äh, die jungen, äh, Minecrafter sind die besseren, die netteren Leute. Wir haben, ähm, noch viel zu wenig Erwachsene auf dem Server. Nicht, dass wir zu viele, äh, Junge haben, aber wir hätten auch gerne mehr Erwachsene, also noch mehr dazu. Aber der Server ist wirklich einer der am meisten, ähm, best, äh, ähm, ja, einer der beliebtesten Server. So schnell wieder drauf. Dann ist der hier das hintere abgeschüttet. Ah, wir haben noch Kugelfisch. Gut. Und dann das rein, das rein, das rein, das rein. Jetzt gehen wir nach oben. Und machen uns die Tränke. Schade, haben wir noch so wenig Zeit für den Part. Das ist ein bisschen blöder, dass 30 Minuten, dass, dass die Videos noch mehr als 30 Minuten ungefähr doppelt so, ähm, langsam hochladen. Ich kann schon mal längere Parts machen, aber nur ab und zu. Ähm, ich komm hier nicht hoch. Da bin ich ja alles nur. Ich muss sowieso zum Zaubertisch. Ich hoffe, er macht nix hier. Du bist sonst böse. Weißt du das, Tobi? Das ist Privatgelände. Das ist Privatgelände. Also, wir brauchen Wasser. Wir brauchen Netto-Watzen. Wir brauchen den Zauber. Wir brauchen den Zauber. Alchemie-Tisch. Wir brauchen Netto-Watzen. So. Die stelle ich ab von mir aus. Geht der Part ein bisschen länger. Aber wir machen uns die Tränke noch. Wir machen drei Tränke, weil jetzt ist nur für drei Tränke Platz. Und danach, ähm, machen wir im zweiten, also im nächsten Part dann die, Zukunftszone. So. Tank der Unterwasseratmung. Redstone. So. Die tun wir an. Ein Bindenbörder können wir rausnehmen. Ich habe extra für das LP ausgesucht. Tränke, was ist jetzt anders? Ah, acht Minuten, sondern drei Minuten. Genau. So. Dann gehen wir hoch noch zu Verzaubern. Ich suche einen Unterwassertempel in der Farmwelt und habe mir dafür Unterwasseratmungstränke gebraut. So. Nein, da. Das hier. Schärfe. Aha, haben wir schon Schärfe. Ah, wir können, glaube ich, Schärfe 4 herstellen. Ja. Sehr schön. Gut. Und hier. Einen Bogen bräuchten wir dann auch. Ich weiß nicht, ob man Unterwasser so gut werde es nicht jetzt machen. Ich weiß, wieso er Unterwassertempel sucht. Ah, Gott. Nein, nicht hier. Hier rein. So. Und jetzt hier noch den Müll rein. Gut. Leder noch oben hin tun. Dann ist der Part auch schon, ja auch schon, ist der jetzt länger, ähm, ist er fertig. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und Tobi, wo ist jetzt Tobi wieder hin? Tobi sagt auch Tschüss. Also, Tschüss.